Was ist dein Ernst? Du hast aber zwei Ernst eigentlich. Aber du hast auch nur einen Ding. Passt nicht. Oh, links. Schlag, 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 Schlag. So und jetzt? Du brauchst keine Reflexe. Schau mal. Ich habe Angst. Schlag, Schlag, Schlag. Was? Machen sie so doll wie du kannst. Oh mein Gott, das war's, Leute. Ich will nicht mehr, Alter. Das war... Hallo. Heb hoch. Aua. Keine Maule. Heute ist mein Schmink voll gut geworden, oder? Ja, meine auch, oder? Warte. Ja. Wisst ihr, was ich für eine Schmink habe? Was? Wisst ihr, was ich für eine Schmink habe? Ja, was? 20 Tage durcharbeiten. Ohne frei. 12 Stunden. Ich muss hier nicht hinschwerden. Und heute ist der Tag frei und bis 10 Uhr morgens geschlafen. Und ich dachte mir, ich habe die ganze Welt verschlafen, weil ich sonst immer im Fieber aufstehe. Leute, ich bin einfach nass. Bist du auch nass? Ja. Hey, fokussiert. Ja. Ich bin auch nass. Wir sind gerade beim Tiefautopäden von meinem Bruder. Wir warten auf meine Mutter. Ja. Und danach gehen wir noch ein paar Sachen erledigen. Aber wieso fokussiert das nicht uns beide? Ich weiß nicht, weil ich ungewisslich bin. Ja. Das heißt, ihr seht gleich, wie ich bin. Ich weiß nicht, wie wir Arbeitsschuh für mich kaufen. Ja. Vielleicht. Hoffentlich. Und danach? Was machen wir danach? Danach kriegen wir noch was essen. Noch was essen? Vielleicht? Vielleicht können wir auch einfach essen und nach Hause bringen. Ja. Ich habe keinen Bock draußen zu sein bei dem Wecker. Ja, das habe ich mir auch überlegt. Vielleicht... Guck mal, zeig mal bitte, wie wir umgeben sind. Alter, das Ding. Wo gibt's denn so? Irgendwa hier in Deutschland oder was? Bei dem Wetter? Oder wir gehen diesen 3 Euro holen. Für alle. Klar, ein Glück überlegen. Überlegen. Ja. Wir melden uns dann gleich. Ah, ich muss noch zu Rossmann. Naja, vielleicht. Nee, ich muss zu Rossmann. Okay. Bis gleich. Okay, bis gleich. Also. Wir sind jetzt schon lange weg. Von meinem Bruder. Wir waren auch schon nach Schwur schauen für Florins Arbeit. Aber. Wir haben leider keine gefunden. Wie fühlst du dich? Scheiße. Scheiße. Super. Ich war auch schon bei der Apotheke. Ich habe den Snega die Halsschmerzen. Ich habe jetzt etwas gegen die Halsschmerzen gekauft. selber über morgens unter einen Spray. Spray habe ich schon benutzt. Aber ich spüre keine Wirkung. Wir waren jetzt bei Primark. Ähm. Wir wollten für mich eine Hose holen. Dann haben wir auch gekriegt. Dann habe ich mir eine Thermoskanne gekauft. Und noch ein paar Sachen. Und alles was Florin wollte, haben wir gar nicht geschafft. Was heißt geschafft? Wir haben es ja übrigens bekommen. Ja. So. Ja. Ich habe hier den einen Spray gekauft. Einfach Schrott. Ich habe immer noch Halsschmerzen. Und. Ich habe echt schlauene langsam. Naja. Wir gehen jetzt Döner kaufen. Und. Und. Und ich soll den ersten Ball essen. Dann gehen wir nach Hause und essen es, oder? Ja. Correct. Bro. Correct. Ja. Bis gleich. Schuh Habibis. Wir sind jetzt zu Hause. Wir werden jetzt essen. Und ich bin froh, weil ich war komplett nass. Es hat den ganzen Tag geregnet. Es war kalt. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin müde. Ich habe Hunger. Ich bin auch müde. Wir haben uns Döner geholt. Schlossstraße. Bis zum 14.05. kostet ein Döner. 2,99 Euro. Kurz gratis Werbung machen. Das kann man noch trinken. Was sollte das? Kann man noch trinken. Leute, er trinkt einfach Cola, Vanille. Ich spüre, Beste. Eigentlich Cola, Vanille Zero. Aber ich dachte, heute ist mal ausnahmsweise so. Ausnahme. Ich habe heute nichts gegessen. Nichts getrunken. Gar nichts. Ich will jetzt meine Sachen trinken. Ich habe einen Düdel. Die sind ein bisschen klein. Aber wird schon reichen. Auf jeden Fall. Nein. Nein. Kriegen wir hin. Und Mutti, wie schmeckt es? Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tja, tja. Tschüss. 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 Tschüss.